Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzwerb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs Belegen. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Belegt, belegte, hat belegt. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich belege. Du belegst. Er belegt. Wir belegen. Ihr belegt. Sie belegen. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich belegte. Du belegtest. Er belegte. Wir belegten. Ihr belegtet. Sie belegten. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe belegt. Du hast belegt. Du hast belegt. Er hat belegt. Wir haben belegt. Ihr habt belegt. Sie haben belegt. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich belege. Du belegst. Er belege. Wir belegen. Ihr beleget. Sie belegen. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich belegte. Du belegtest. Er belegte. Wir belegten. Er belegtet. Sie belegten. Den Schluss macht der Imperativ. Belege du. Belegen wir. Belegt ihr. Belegen sie. Das war unser kleines Lernvideo zum Verb belegen. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald. Das war unser kleines Lern. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald.